Bittgebet für jemanden, der an seinem Glauben zweifelt. Er soll bei Allah Zuflucht suchen. Er soll das aufgeben, woran er gezweifelt hat und soll sagen, Ich glaube an Allah und seine Gesandten. Er soll auch den folgenden Vers rezitieren. Er ist der Erste und der Letzte, der Offenbare und der Verborgene und er weiß über alles Bescheid. Surah 75